Leute! Willkommen zu einer Runde Skywars. Und ich fällt bestimmt schon auf. Ja! Ich nehme 60 FPS auf. Geil. Wow, cool. Äh, Exception, Connection. Okay. Nix für mich auf jeden Fall. Ähm, ja, in 60 FPS eine Runde Skywars. Geiler geht's nicht. Ey. Ich komm zu dir, ne? Ich werd' dir sowas von knallen. Hahaha. Komm. Oh, ich hab'n geileres Schwert wie er. So. Ich krieg' dich. Haha. Ich will sterben. Und, Alter, mit einem Herz überlebt, Alter. So, jetzt muss ich auf jeden Fall mal raggen. Boah. Oh. Oh. Ja, ähm, 60 FPS. Dafür konntet ihr mal bitte bestimmt doch Deutsch da lassen, oder? Vielleicht? Okay. Und es kann sein, dass es manchmal ganz kurz leckt in der Aufnahme. Ja. Es kann gut sein, dass es so manchmal ganz kurz Standbild ist. Aber, naja. Ist ja nicht so schlimm, oder? 6, 2, 5. Ja. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Ich mach's safe. Oh. 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 Er sieht mich nicht. Oh, der ist doch. Ah. Servus. Shit. Bei dem muss ich eine andere Taktik anwenden. Ja. Genau, die wollte ich... Abstauben. Bau ab. So. Komm schon. He. He. Schwimm. Oh. Scheiße. Verkriech. Fritzdorf. Oh. Ei. Scheiße. Hilfe. Ei. Ja. Leute. Geht doch. Oh. Alter. hab ich grad... Oh. Alter. Hab ich grad Herzrasen, Leute. Ich brauch Essen, Leute. Oh. Ey. Wir sind so am Abscheißen grad. Oh. Hat der Schutz 2. Alles ausrüsten, was wir haben. Brauchen jeglichen Schutz. Lass mich doch noch ganz kurz recken, Mann. Hab ich denn dir? Nee, ich kann mir aber welche machen. Bleib da, wo du bist, du kleines Hühnchen. So. Noch 4 Spieler. Also ich wollt grad keine kurze Runde machen, aber... Es soll ja auch keine lange... Bitte nicht. Oh. Gut. Da kann ich noch mal recken. Oh. 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 So, Leute. So, Leute. Das ist mir wieder spannend. Hier kann ich mich runterschupfen. Oh. 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 versteckt sich wieder in seiner höhle nicht ich brauche was mit knockback ich habe keinen Fultia ich muss mich irgendwie runterkrabben ah das wollte ich sehen ach so ich hab ja eine Spitzhacke das ist da andere Idee jetzt schnell fliegt kann nicht schlagen leute wir sind so scheiße jetzt muss das glück an meinerseits sein und das internet bitte auch es war so klar ne da will der einfach abstauben komm jetzt nicht dann so musste ich entscheiden hoch 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 danke ich hab eben bloß ein knockback Schwert gehabt ich mag gerade auch eine doofe Taktik ja ich weiß spring ja Leute wenn ich jetzt noch eine geile Aufnahme bekomme ich scheiße mir meine zweite Unterhose und ich habe aber nur eine puh da baut er sich auch hoch ich komm mit klar Tadam ich will so komm shit ich bin was soll jetzt machen ich bin ich bin ich bin die und alles ich bin 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 genau so was sind wir vorbereitet Leute ich bin immer ein bisschen Quellwasser Reiz mich. Cool. Reiz mich bitte nicht, danke. Der hat ein dämliches Knockback-Schwert. Ey, was ist das denn? Bleib da. Flüchten! Oh, oh, scheiße, scheiße. Okay. Bitte haben einen Zaubertisch. Nee, 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 okay. Nee? Oh. Bitte, danke. Komm doch. Äh, okay, ich hab was zum Rennen. Ich mach jetzt mal eine alte Taktik. So. Ich bleib hier. Da komm, flieg doch. Oh. Komm schon. Ja. 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 Ach du Scheiße, war das eine spannende Runde, Leute. Danke fürs Zusehen. Ihr könnt mir auch ein Like da lassen, falls ihr es mit dem 60 FPS öfter sehen wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Äh, äh, ich hab hier doch gerade die Lady Mod an, die macht mich hier irgendwo rein. Äh, weil hier so Auto und so hier, so, äh, blö, 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 blö. Danke fürs Zusehen, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, lasst mir eine Bewertung da. Millennium Liberation. Tschüss.